So, hallo und einen schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Wir melden uns hier vom Messestand, vom VEWU. Das ist ein ganz toller Produzent und der wirklich sehr, sehr schöne Schuhe in Übergrößern auch produziert. Da sind wir ganz, ganz froh darüber. Richtig. Und haben auch sehr viele schöne Sights mittlerweile auch gefunden. Ganz genau. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt schwenk doch einfach mal eben hier zum Beispiel mit rüber zu machen. Haben zum Beispiel jede Menge Stiefel zum Beispiel in unterschiedlichen Farben. Also super tolle, super tolle Qualität zu einem hervorragenden Preis. Oder halt auch wirklich dann die Glattledervariante halt. Glattledervariante. Ja, also ein bisschen schwarz und braun, die es dann nachher dazu gibt. Also richtig tolle Sachen. So, lass uns mal hier vorne hingehen, weil hier ist es natürlich auch noch schön. Excuse me. Dadurch sagt man auch, wir sind natürlich dann hier auch im großen Ausland gerade. Für die Pumps und die Damen. Also auch ganz klasse, so was mit Gummizucken hier hinten dran, damit der Pumps einfach besser hält. Also super tolle Sache. Zum Beispiel. So, aber wir haben auch, also wir haben wirklich ganz, ganz unterschiedliche Stilrichtungen. Ich werde mal die Kamera mal darüber fließen lassen, was es alles so richtig coole Sachen halt hier gibt. Und ja, da haben wir sehr viele Modelle jetzt ausgedacht. Da vorne sind aber auch noch welche dabei. Da vorne sind da so ein paar Sandalen. Können wir mal gucken. Hello. Das ist dann die Verkäuferin. Oh Gott, jetzt lässt er mich ja auch nicht wohl alleine. Ich kann auch gar nichts dazu sagen. Er hat die ganze Zeit mit der Frau gesprochen. Hoffentlich ist er da. Kai, jetzt lass mich bloß nicht alleine. Ich lass sie nicht alleine. Also guck mal, ich habe hier zum Beispiel auch noch was Tolles aus. Also super tolle Sandalen. Du musst lauter reden, dann höre ich doch schon wieder. Doch, das hört man doch, Mensch. Hier mit, also super, super schick in, mit Stoff und Leder drumherum. Also echt super tolle Sachen. Einfach mal ein bisschen was anderes. Freue ich mich schon drauf. Werden tolle Sachen werden. Ja, finde ich auch. Richtig coole Sachen. So, das heißt, hier waren wir auf jeden Fall schon wieder mal mega erfolgreich. Eine richtig schöne Sache. Und in dem Sinne hoffe ich mal, dass alle uns natürlich weiterhin verfolgen, was wir hier so schön ist, treiben. Hoffentlich betreiben wir es dann so weit, dass wir viele schöne Schuhe übertreiben. Wir treiben es richtig bunt hier. So, in dem Sinne. Ciao. Ciao.